Wir verleihen heute den Nur-mit-Adi-Preis der Deutschen Parkinson-Hilfe an Frank Elstner für sein beispielhaftes öffentliches Engagement zur Aufklärung hinsichtlich der Parkinson-Erkrankung. Und er dient als Mutmacher, glaube ich, für viele andere Betroffene und deren Angehörige. Es ist eine Krankheit, die sehr viele Menschen betrifft. Und ich fand natürlich die Kombination, dass heute Frank Elstner ausgezeichnet wurde, dafür, dass er Botschafter ist, dafür, dass er mit der Krankheit umgeht. Und ich das heute live auch erleben durfte. Und ich muss sagen, wirklich Hut ab, große Bewunderung für sein Engagement und für seine Motivation, die er ja vielen Menschen vermittelt. Ich weiß, es gibt hoffnungsfrohe Ansätze, Lösungen zu finden. Und darum kann ich nur bitten, lösen Sie mit. Vielen Dank. Ich browsing bei dir.